es das magazin der ps perlen erscheint und ab jetzt regelmäßig abonnieren lohnt die ps perlen stehen für gute unterhaltung gute informationen und gute erinnerungen deine abenteuer deine geschichten und dein fahrzeug finden hier platz teile deine erinnerungen und finde neue freunde ab jetzt berichten wir einmal im monat über die dinge die uns bewegen aus anderen blickwinkeln und ergänzend zu den ps perlen porträts wir gehen auf die pandemie situation ein und darauf was man alles tun kann im bremer schuppen 1 warten wertvolle fahrzeuge und spezialwerkstätten auf uns darüber mehr im nächsten magazin stammtisch bei dieser situation ja der virtuelle stammtisch macht's möglich ob skype teams oder zoom es geht recht einfach und das erklären wir in der nächsten ausgabe die us-car szene in deutschland ist spannend wir sprechen mit jörg beuerle der in bremerhaven eine werkstatt betreibt über fahrzeuge die für deutschland umgerüstet werden und über ausnahmeregelungen das wird ein schwerpunkt in einer unserer nächsten ausgaben kommen wir zum special event die vorbereitungen laufen ps perlen präsentiert die erste borgwart world tour am ersten mai stellen wir einen rekord auf alle fahrzeuge aus der ideenschmiede borgwart also auch hansa goliath und leute starten an diesem tag zur ersten world tour wir fahren von namibia und buenos aires bis nun wir werden sehen wer dabei ist und wo viele haben sich schon angemeldet alles was man dazu wissen muss findet ihr auf ps perlen de da gibt es sonderseiten da könnt ihr auch material herunterladen meldet euch an dann können wir besser planen und umso schneller wird der film mit allen beteiligten fertig egal ob 30er jahre ikone usk käfer ente oder lkw wenn du spaß daran hast deine erlebnisse und erinnerungen sowie dein fahrzeug virtuell mit anderen zu teilen bist du bei uns herzlich willkommen abonnier die ps perlen auf youtube und kommentier gleich die beiträge abonnier das ps magazin auf www ps perlen de entdecke spannende infos rund um die fahrzeuge also mach mit du bist nur noch einen klick entfernt